So, auf dem Dach ist offensichtlich auch alles in Ordnung. Kann ich dich hier einfach rausschicken? So, Moment. Kann ich dich hier runterfallen lassen? Hatte es? Oh, das ging gut. Okay. So, war es auch der Letzte dieser Runde. Okay. Nein, du machst schon. Achso, ich muss drücken. Entschuldigung. Okay. Da ist erstmal alles ruhig. Wieder hinterher. Du auch. Ach, guck an. Mm-hmm. Hm? Hmm? Ah, du solltest dir ein Loch in die Wand schießen. Mann, 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 Mann. Na, dann machst du das nächste runter. So. Geht denn das jetzt hier schon ein bisschen schneller? Das ist natürlich Mist, wenn da noch so ein großes Vieh sich rumtreibt. Juppie. So, und dann bitte Autoschuss behalten. So. Und dann von hier hinten auch rein? Dann würde ich mit dir nämlich gerne hier außen rum gehen. Der ist wieder aufgestanden. Ja, dann gehen wir hier mal langsam voran. Oh, du siehst einen. Wo denn? Ach, da ist ein Loch im Boden. Okay. Wie, da ist keine Visierlinie. Du siehst ihn, aber es ist keine Visierlinie. Das ist sehr eigenartig. Na ja, gehen wir nachher hoch und holen uns den. Panzer, geht er nicht durch? Okay, dann musst du einmal rumfahren. So, dann los. Kommen wir nochmal vor da. Gut, da ist alles sauer. Ja, dann... ...bitte hier rum. So, du ranst mal bitte so weit wie du kannst, damit du hier ein bisschen aufholst bei den anderen. So, ihr seid jetzt ein bisschen vorsichtiger. So. 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 Du wartest denn da auch noch so. Ja, Panzer, was kann ich mit jedem tun? Nicht wirklich was, ne? Und den haben wir in letzter Runde vergessen, oder? Gut. Ihr seid dran. Da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er, und ihr schießt keinen Autoschuss. So, hier können wir nämlich auch rein. Du siehst ihn da schon. Dann mach mal. Und dann nochmal einen Schnellschuss. Also müsstest du genau noch einen Autoschuss übrig haben. Naja, ungefähr genau. Du siehst ihn da natürlich nicht. Dann gehst du bitte einmal vor. Machst jetzt einen Autoschuss. Punkt, erledigt. Und gehst wieder zurück. Okay, sieht gut aus. Punkt, er Pronounce das. Punkt. 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 Moment, wir haben doch noch Punkte übrig, gut Hallo Komm doch einfach mal noch runter Achso, du kommst da nicht vorbei, weil der im Weg steht, okay, gut So, oben ist auf jeden Fall noch E-Namen Jetzt ist er unten Zehut Gut, so, dann ist hier alles sauber Dann können wir jetzt hochgehen So So, ihr alle am Fahrstuhl anstellen Der findet wieder den Weg nicht Okay, so Oh, was war das? Leben alle noch? Du siehst einen Der stand jeden da auf dem Fahrstuhl oder was? Ähm, geh mal da bitte weg Ja, der stand jeden da auf dem Fahrstuhl Gut, dann müssen wir hier nächste Runde alle raus So Findet er wieder den Weg nicht Achso, Zeitung Hm Na, war aber immer noch nicht der letzte Aber die Wartezeit ist doch schon deutlich kürzer Du Scheiße Willst du mich verarschen oder was? Oder waren das noch Treffer? Ich dachte, die sind alle drei daneben gegangen So So Dann bringen wir mal alle hoch So Jetzt steht er natürlich da Total beschissen vor der Tür Kommst du bitte Da nochmal weg Weil wir erst Ihn hier noch ausnehmen So Dann los Zack Zeiteinheiten vorbei Du findest den Weg wieder nicht So Zeiteinheiten rum Das nimmt aber auch Zeit in Anspruch Oh Was hat der da gemacht? Hat der hier die Selbstverstörung aktiviert oder was? Okay 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 Du hast zwar nicht getroffen, aber du hast ihn doch erledigt So So Wir speichern mal jetzt Ich hoffe mal das war der letzte Werden wir jetzt sehen Ja War der letzte So Wir haben keinen verloren und jede Menge Zeug eingesammelt Bewertungen Gut So Jetzt müssen wir kurz mal hier nochmal gucken Und zwar bei Stützpunktinformationen Wie sieht das aus mit dem Lager? Unser Lager ist nämlich randvoll So Das heißt Wir müssen gleich mal ein bisschen was verkaufen hier Zum Beispiel hier das schwere Plasma Was wir eingesammelt haben Plasma Gewehr Ladestreifen behalten war So Was haben wir noch? Ein Energieentzug Ja Den habe ich aus Versehen Naja Aus Versehen ausgezogen So Da nehmen wir ein paar runter von Toter Treiber So Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Lager? Das Lager ist immer noch Mehr als voll Vielleicht bauen wir uns da auch noch eins Machen wir noch ein Hauptlager Dahin So Verkaufen Ich denke mal Ich warte mal Hier der Scheiß kann doch eigentlich auch weg Oder Nutze ich das Nicht wirklich Ups Eine behalten war Damit die Blaster Ich glaube das waren die mit den Marken Wo du Wegmarken setzen kannst Die würde ich gerne behalten Die würde ich gerne mal ausprobieren Vielleicht taugen die ja doch was So Entlassen Jetzt Jetzt haben wir ein bisschen Lager frei Okay Gut So Dann lassen wir jetzt hier erstmal unseren Unseren Dings hier nach Hause kommen So Dann Raumschiff ausrüsten Hier bitte Ach ne Moment Rüstung Kannst du bitte den Energieanzug wieder tragen Dankeschön Und Ausrüstung Wir könnten jetzt hier die Plasma Gewehr Ladestreifen Die drei Stück mal reinpacken So Jetzt muss der noch aufgetankt werden Immer noch auftanken Wir warten mal wieder eine halbe Stunde Jetzt ist er bereit So Das heißt Jetzt fliegen wir zu dieser Absturzstelle Und das schauen wir uns dann aber in der nächsten Mission In der nächsten Folge Wollte ich sagen An Sind ja dann doch wieder 40 Minuten geworden Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit Bis zum nächsten Mal Ahoi und tschau tschau